... und eine ganze Schicht. Heute macht das nur ein Mensch in eineinhalb Minuten. Also das war auch ein absoluter Jobkiller. Wir finden ein Container, und dazu kommen wir wieder. Wir haben den Containerhafen verlassen, hat viele Jobs weltweit gekostet. Aber heute hat sich die Welt ohne diese hässliche Worte gar nicht denkbar. Meine lieben Gäste, das muss sein. Das erste Mal in Hamburg, guckt euch den Namen an, MSC Hamburg, einer der größten Containerschiffe der Welt. Genau 400 Meter lang, 56 Meter breit und Kapazität an Bord 18.500 Container. Meine lieben Gäste, wenn man dieses Schiff leer laden würde, alles auf Aufliegen...